Keine Sorge, du bist nicht auf dem falschen Kanal. Das Video fängt nur ein bisschen anders an, als meine Videos sonst anfangen. Hallo Simon, ich habe mal für dich eine ganz spezielle Frage. Für alle, die mich nicht kennen sollten, mein Name ist Stefan vom YouTube-Kanal Verdrahtet und bei mir geht es um alles Mögliche, was du halt im Smart Home haben kannst. Und Simon, wie du weißt, starte ich ja gerade halt richtig durch mit dem Home Assistant und dazu habe ich eine ganz spezielle Frage an dich, die ich selber noch nicht lösen konnte. Und zwar haben ja sicherlich viele von euch so einen kleinen Sprachcomputer, dessen Namen ich jetzt gerade nicht nennen möchte. Wie kann ich es denn anstellen, dass mir der entsprechende Sprachassistent eine Mitteilung gibt, wenn ich gerade zu Hause ankomme? Das heißt zum Beispiel, die und die Person hat angerufen oder um die und die Uhrzeit hat es an der Tür geklingelt. All solche Sachen, die halt wirklich dann erst gesprochen werden sollen oder wo ich erst eine Mitteilung haben möchte, wenn ich zu Hause ankomme. Nur so als Beispiel. Wie kann ich das denn umsetzen im Home Assistant? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Danke dir Stefan für diese wirklich sehr gute Frage. Wenn du übrigens Stefan oder seinen Kanal Verdrahtet nicht kennst, dann schau gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Da gibt es viele Videos auch zum Thema Home Assistant und IO Broker und auch Homematic. Über ein Abo würde er sich bestimmt auch sehr freuen. Aber zurück zu seiner Frage. Wie gesagt, Benachrichtigungen, die man so lange verzögern kann, bis man wieder zu Hause eintrifft. Diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, aber ich dachte, warum auch immer, ich wäre irgendwie einer der wenigen, die dieses Problem haben. Aber offensichtlich haben das Problem noch viele andere. Nein, doch. Und deswegen habe ich mir da eben mal ein bisschen Gedanken zugemacht, wie man sowas lösen könnte. Dann bin ich hier in der Home Assistant Community über diesen Post hier gestolpert, wo eben jemand genau dasselbe Problem hatte und es mit Skripten und einer Automation gelöst hat. Das Ganze habe ich mir mal angeschaut, ein kleines bisschen umgebaut und will es dir heute in aller Kürze vorstellen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Simon Oberstädt und wir schauen uns heute an, wie du in Home Assistant verzögerte Benachrichtigungen senden kannst, sobald du nach Hause kommst. Oder auch, wie du sie sofort bekommst, natürlich, wenn du schon zu Hause sein solltest. Aber ich würde sagen, starten wir einfach direkt rein. Zuerst mal brauchst du dafür natürlich einige Code Snippets. Vielleicht erst mal Voraussetzungen? Bei den Voraussetzungen fangen wir da mal an. Da brauchst du eigentlich nichts. Du solltest mit den Home Assistant Grundlagen vertraut sein. Wenn du die noch nicht kennen solltest, verlinke ich dir mein Video hier oben in der Ecke. Abgesehen davon brauchst du eigentlich relativ wenig. Die Code Snippets, die verlinke ich dir in der verlinkten Seite in der Videobeschreibung, damit du sie dir auch wirklich rauskopieren kannst. Da musst du gegebenenfalls ein paar Entitäten anpassen, denn natürlich wirst du nicht die gleichen Notify-Entitäten haben, wie ich hier in meinem Home Assistant. Aber ich zeige dir die entsprechenden Stellen kurz im Video. Ups, da habe ich was vergessen. Es gibt noch eine weitere Voraussetzung und zwar musst du eine Integration nutzen, die es dir natürlich erlaubt zu erkennen, ob du zu Hause bist oder halt auch nicht. Das kann beispielsweise sein die Home Assistant App. Die stellt das ja bereit, also die Lokation, in der du dich gerade befindest. Das kann sowas sein wie die Fritzbox-Integration und dann von dort eben die Entität von deinem Mobilgerät, von deinem Handy, iPhone, wie auch immer. Da erkennst du ja auch, ob das gerade eben Home oder Not Home ist, also zu Hause oder nicht zu Hause. Oder auch zum Beispiel Unify. Diese Integration kann das auch, wie auch bei Fritzbox eben über das WLAN. Also sprich, wenn dein Gerät im WLAN zu Hause ist, dann wirst du als zu Hause erkannt und wenn nicht, dann eben als abwesend. Bei der Home Assistant App hast du eben den Vorteil, dass du dort auch erkennen kannst, also jetzt nicht für diesen Anwendungsfall speziell, aber generell eben, wo du gerade bist, wenn du Zonen eingerichtet hast. Dann solltest du das Ganze auch noch, damit es ein bisschen einfacher ist, an der Person hinterlegen, damit du nicht wirklich die Entität benutzen musst, um zu erkennen, ob du zu Hause bist, sondern da kannst du deine eigene Person hinterlegen. Was eben heißt, wenn sich das Gerät oder die Methode, wie du erkennst, ob jemand zu Hause ist, also die Integration, irgendwann mal verändern sollte, dann musst du nicht die ganzen Automationen bearbeiten, denn du kannst einfach in deiner eigenen Person, also im Nutzerprofil, die zu trackende Entität austauschen. Das zeige ich dir gerade mal. Also generell gesprochen gehst du hier natürlich auf die Einstellungen, und richtest erstmal dann die Integration unter Geräte und Dienste ein, die du eben nutzen möchtest. Bei der mobilen App von Home Assistant ist es so, wenn du die App einrichtest, dann wird diese Integration, also hier mobile App, automatisch erkannt und dann siehst du hier eben die verschiedenen Geräte. Und jetzt hier zum Beispiel eben mein iPhone 14p, dann sehe ich eben hier die verschiedenen Entitäten, die es gibt. Aber wie gesagt, bei Fritzbox geht das Ganze auch. Du musst die mobile App nicht benutzen. Die Integration kannst du hier ganz normal auf der Seite hinzufügen und einrichten. Wenn du das gemacht hast, gehst du dann hier auf die Einstellungen, dann gehst du hier auf die Personen und hier bei den Personen kannst du, wenn du auf die Person raufklickst, hier ein bisschen weiter runter scrollen und dann siehst du hier das zuverfolgende Gerät. Habe ich jetzt in meinem Fall eben die Home Assistant App eingestellt. Hier kannst du dann aber auch die Entität beispielsweise von deiner Fritzbox Integration hinterlegen, die eben dein iPhone darstellt. Und schon kannst du dann mit dem Video genauso fortfahren, wie ich dir das hier zeige. Damit es wirklich genauso geht, natürlich bitte auch für deine Frau machen. Klar, also würde ich sagen, starten wir. Wenn du die Skripte bei dir einspielen willst oder auch die Automation, empfehle ich dir folgendes. Gehe hier auf den File Editor. Hier drin findest du unter anderem deine Automation.yaml. Wenn du hier auf den Ordner gehst, bist du hier im Ordner Home Assistant oder Config, ist übrigens derselbe Ordner. Und dann kannst du hier auf die Automations.yaml gehen. Hier gehst du dann ganz ans Ende von der Datei, scrollst hier also runter und fügst dann hier ans Ende von deiner Datei diese Automation an. Also hier ID, Sending Notifications und so weiter und so fort. Die kannst du hier erstmal so einfügen und dann die Datei eben hier oben auf der Diskette speichern. Ist bei mir nicht dort, weil ich habe die Automation eben schon drin. Anschließend musst du einige Skripte erstellen. Da empfehle ich dir auch wieder, kopiere die Skripte aus der verlinkten Seite in der Videobeschreibung. Gehe danach wieder hier in deinen File Editor und hier gehst du dieses Mal auf die folgende Datei, nämlich auf die scripts.yaml. Und hier fügst du auch wieder ans Ende von der Datei die Snippets aus der Videobeschreibung ein. Also wird ein großes Snippet sein, aber das sind letztendlich, glaube ich, vier oder so. Ich glaube, es müssten vier verschiedene Skripte sein. Das heißt, die fügst du hier auch wieder ein. Gehst dann hier oben eben auf Speichern, sobald du die eingefügt hast. Und anschließend sollte bei dir alles passen. Ich würde dir empfehlen, dass du anschließend einmal auf die Entwicklerwerkzeuge gehst. Dann gehst du hier auf Neustarten und startest dein Home Assistant einmal neu. Während wir auf den Neustart warten, wenn dir das Video gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du einmal auf Gefällt mir drückst und meinen Kanal abonnierst, wenn du mehr wissen möchtest zum Thema Home Assistant. Außerdem kannst du inzwischen übrigens auch Kanalmitglied werden und dadurch beispielsweise eine Woche vor Abzug auf das nächst geplante Video erhalten. Besten Dank für deinen Support. Ich mache das hier alles in meiner Freizeit. Und bin wirklich jedem sehr dankbar, der mich hier auch finanziell unterstützt. Dankeschön. Okay, jetzt nach dem Neustart solltest du bei dir Folgendes haben. Du hast einmal hier in den Einstellungen verschiedene Skripte. Die gucken wir uns mal zuerst an. Wir gehen also hier auf Automatisierungen und Szenen, gehen hier mal auf die Skripte. Und hier siehst du schon, dass es nun eins, zwei, drei, vier neue Skripte gibt. Die schauen wir uns jetzt mal an. Genauer gesagt schauen wir uns im Prinzip erst mal zwei davon an, denn die sind mit am wichtigsten, weil diese immer indirekt aufgerufen werden. Also wir haben hier einmal das Skript NotifyMe. Das ist also unser, wenn man so will, Bausteinelement, um uns selbst, also mich in dem Fall, zu benachrichtigen oder dich. Hier drin ist eigentlich alles erstmal soweit ziemlich einfach zu verstehen. Das heißt, wir haben hier einen Skript Aufruf. Wir haben hier drei Felder, die wir als Parameter füllen können. Das müssen wir aber in dem Fall nicht machen, weil das immer nur von anderen Skripten aufgerufen wird. Was aber wichtig ist, hier unten drunter gibt es eine Sequenz. Und in dieser Sequenz musst du hier unten den Service gegen den Service austauschen von der Home Assistant App, der eben eine Benachrichtigung auf dein iPhone oder Android Gerät sendet. Wenn du nicht wissen solltest, wie die Entitäts ID heißt, kannst du das ganz einfach rausfinden. Dann gehst du hier auf die Entwicklerwerkzeuge. Hier gehst du auf die Dienste, suchst hier einmal nach Notify Punkt und kannst dann hier eben durchscrollen, wie der Notify-Dienst für dein mobiles Gerät heißt. In meinem Fall ist das wie gesagt dieser hier. Und dann gehst du hier zum YAML-Modus und kannst dir hier dann diesen Service einmal kopieren und kannst ihn hier dann wie gesagt einfügen. Das Ganze machst du einmal hier, also bei der NotifyMe, also bei dem NotifyMe-Skript, so rum. Gehst hier auf Skript speichern, dann gehst du eine Ebene nach oben, bist wieder in den Skripten, gehst hier auf NotifyWive, wenn du das eben möchtest, also wenn du jemanden zweiten benachrichtigen willst, sollte derjenige zu Hause sein und tauschst dann hier unten eben auch dementsprechend die Notify-Entität oder den Dienstaufruf genauer gesagt aus. Das heißt, dann funktionieren diese beiden Skripte hier schon für dich. Jetzt gehen wir eine Ebene nach oben sozusagen in das Skript, was diese Skripte hier aufruft. Hier gibt es einmal NotifyPeopleAtHome. Das ist das wichtige Skript, was wir auch dann quasi benutzen, um diese Benachrichtigungen zu senden. Denn dieses Skript hier macht folgendes. Es wählt hier zwischen vier Aktionen aus und im Wesentlichen sind das hier eins, zwei, drei verschiedene Fälle. Es wird nämlich hier oben getestet, ob sozusagen, wir schauen mal hier oben rein, ich zu Hause bin. Also hier ist StatePerson.SimonMüller. Die Entität heißt noch so, ich habe sie umgenannt übrigens, Home. Das heißt also, wenn meine Person in Home Assistant als zu Hause erkannt wird, dann werde ich als zu Hause von diesem Skript erkannt. Und dementsprechend wird dann das Skript NotifyMe aufgerufen mit den übergebenen Parametern, also mit dem Titel und dem Benachrichtigungsinhalt. Selbes gilt dann hier unten für die Option 2. Hier wird dann getestet. Die wird übrigens nur ausgeführt, wenn die Option 1 nicht wahr sein sollte. Das kannst du hier gegebenenfalls umbauen, wenn du das möchtest, dass auch gegebenenfalls beide ausgeführt werden. Macht aber nur Begrenzte. Ich würde es empfehlen, auch so zu benutzen. Heißt also jetzt in dem Fall Prio 1 bin quasi ich. Wenn ich zu Hause bin, dann bekomme ich die Benachrichtigung. Sonst, wenn meine Frau zu Hause ist, dann bekommt die die Benachrichtigung. Das schauen wir uns jetzt an. Und gleich schauen wir uns dann an, was passiert, wenn keiner zu Hause ist. Dann wird das nämlich in diese sozusagen Liste der ausstehenden Benachrichtigungen aufgenommen und die werden dann geschickt. Also wir haben hier die Option 2. Wie gesagt, hier wird jetzt in dem Fall geprüft, ob meine Frau zu Hause ist. Und wenn das so ist, dann wird eben das Skript NotifyWife aufgerufen. Kannst du hier also auch daraus entfernen, wenn du das nur für dich haben möchtest beispielsweise. Also hier diesen gesamten Auswähler kannst du hier dann in dem Fall einfach entfernen. Kommen wir hier zur Option 3. Ich klappe mal die Option 1 auch noch zu. Und bei der Option 3 ist es so, dass hier geschaut wird, ist jemand zu Hause und ist das also nicht der Fall. Heißt also, dieses Template musst du dir gegebenenfalls auch noch anlegen. Zeige ich dir gleich. Und hier sehen wir jetzt, dass Script Append Pending Notifications wird dann ausgeführt. Und das macht im Wesentlichen nichts anderes, als das in diese Warteschlange hinzuzufügen. Und wenn dann jemand wieder zu Hause ist, dann wird diese Warteschlange versendet. Kommen wir noch kurz hier zu diesem Binary Sensor. Ist jemand zu Hause? Das kannst du dir einfach als Template anlegen. Ich zeige dir gerade mal wie. Code dazu auch in der Videobeschreibung, klar. Oder auch in dem Video von mir zum Thema Templates, wenn du das noch nicht gesehen haben solltest. Also wir gehen hier auf den File Editor. Gehen hier wieder in unsere Configuration.yaml, wo wir ja unsere Templates anlegen können. Hier drin finden wir jetzt, ist jemand zu Hause. Das ist also der Sensor, der Template Sensor, den ich mir dafür erstellt habe. Und wir sehen hier schon, der Status wird im Wesentlichen berechnet aus. Bin entweder ich zu Hause oder ist meine Frau zu Hause oder ist mein iPhone im WLAN drin. Das sind also hier die drei Bedingungen. Im Wesentlichen würde ich dir empfehlen, nur die obersten beiden zu benutzen. Das sollte auch reichen. Also sprich, diesen Part hier unten könntest du weglassen. Wenn du das hier eingefügt hast, wie gesagt, auch natürlich speichern und einmal Home Assistant neu starten. Gut. Dabei fällt mir übrigens gerade ein, abgesehen von diesem Sensor musst du dir noch einen Sensor anlegen, nämlich diesen Pending Notification Sensor. Hier musst du einfach nur den Code übernehmen, anpassen musst du hiervon nichts. Da drin werden dann nämlich die ausstehenden Benachrichtigungen gespeichert. Das heißt, technisch haben wir jetzt soweit alles geklärt, was es eigentlich zu klären gibt. Schauen wir uns noch kurz an, wie die Automation funktioniert. Die gehört nämlich auch mit dazu. Das letzte Skript hier müssen wir uns übrigens nicht anschauen. Da musst du zumindest nichts anpassen. Also, die Automatisierung, die heißt wie folgt, Send Pending Notifications. Diese Automatisierung wird getriggert, wenn jemand zu Hause ist und zwar für mindestens eine Minute. Macht eben Sinn, dass das nicht getriggert wird, wenn du gerade zur Tür reinkommst oder so, sondern erst, wenn du zumindest mal schon in der Wohnung bist. Deswegen eine Minute Verzögerung. Dann wird hier getestet mit zwei Bedingungen, ob diese Automatisierung, in der wir uns gerade befinden, entweder noch nie ausgeführt wurde. Das hat übrigens im Original-Code gefehlt. Oder, ob diese Automatisierung nicht innerhalb der letzten 60 Sekunden ausgeführt wurde, verhindert also ein doppeltes Triggern. Hier unten drunter wird dann als zweite Bedingung geprüft, ob der numerische Zustand der Entität Pending Notification Sensor größer ist als 0. Also mindestens eine ausstehende Benachrichtigung muss in diesem Sensor drin sein. Das heißt also, wenn unsere Bedingungen hier erfüllt sein sollten, dann machen wir folgendes. Wir setzen hier erstmal eine Variable, das ist eigentlich im Wesentlichen nur intern. Wir holen uns hier den Wert von dem Pending Notification Sensor in diese Variable, also in die Notifications Variable. Dann warten wir hier 15 Sekunden. Als nächstes haben wir hier dann eine Schleife. Diese Schleife wird ausgeführt, während dieses Template hier True ergibt. Und das bedeutet hier im Wesentlichen übersetzt, dass also die Menge der ausstehenden Benachrichtigungen größer als 0 sein muss. Sonst würden wir ja keine mehr schicken wollen. Deswegen wiederholen wir es eben so lange, bis die alle abgearbeitet sind. Hier unten drunter setzen wir dann wieder eine Variable. Wir holen uns nämlich hier jetzt die erste Benachrichtigung aus unserer Benachrichtigungsvariable raus und speichern das wieder zwischen für uns, damit wir es gleich benutzen können. Und senden hier mit dem Dienst Einschalten vom Skript Notify People at Home. Du erinnerst dich, das Skript von vorher. Genau das, was eben hier in dieser ausstehenden Benachrichtigung drin steht. Hier unten drunter setzen wir dann eben noch ein Entity Value, wenn diese Schleife vorbei ist. Nämlich den Pending Notification Sensor. Den setzen wir wieder auf 0 zurück. Heißt also, wir löschen die Benachrichtigungen aus diesem Sensor raus, weil wir sie ja schon geschickt haben. Gut, soweit erstmal zu dem, wie es theoretisch funktioniert. Ich hoffe, du bist noch wach und konntest mir folgen. Weiß ich nicht, Digga. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Im Wesentlichen musst du alles kopieren. Die Sachen, die ich gezeigt habe, anpassen, die Templates anlegen und anschließend kannst du das hier benutzen. Wie benutzen wir das jetzt, ist ja noch die Frage. Also, wie senden wir uns diese Nachrichten, nur wenn wir zu Hause sind? Ganz einfach. Wir nutzen dafür den Dienstaufruf von dem Skript. Heißt also, wir gehen auf die Entwicklerwerkzeuge. Gehen hier auf die Dienste. Das gleiche können wir natürlich in jeder Automation benutzen übrigens, um uns dann von dort Nachrichten zu senden, während wir nicht zu Hause sind. Während wir zu Hause sind. Du weißt schon, was ich meine. Der Dienst ist jetzt folgender. Das ist einmal Skript Punkt. Und dann können wir hier mal durchgucken und finden das Skript Notify People at Home. Wenn wir dieses Skript auswählen, können wir hier zum UI-Modus gehen. Das habe übrigens auch ich angepasst, dass das so funktioniert. Das hatte auch im Vorlagecode nicht funktioniert. Und sehen jetzt hier auch, ich habe hier einen Titel und eine Message mitgegeben. Und wenn ich jetzt hier sage, Dienst ausführen, dann sehen wir also, die Benachrichtigung habe ich bekommen. Macht ja auch Sinn. Ich werde ja gerade als zu Hause erkannt. Bringen wir doch mal das System dazu, dass es denkt, dass ich nicht zu Hause bin. Das heißt, wir gehen hier auf die Zustände und suchen hier mal direkt nach Person. Wir setzen der Simon Müller. Der ist jetzt einmal Not Home. Dann sagen wir hier mal Status setzen. Dann haben wir hier Person Punkt Arabella Oberstedt. Ich muss jetzt auch gucken, dass meine Frau nicht zu Hause ist. Sonst würde die ja die Benachrichtigung bekommen, wenn ich nicht zu Hause bin. Wir setzen hier also Not Home. Und dann müssen wir noch unseren Sensor setzen. Nämlich der ist jemand zu Hause. Der wäre natürlich automatisch gesetzt. Genau wie alle Entitäten. Übrigens macht das nur, um es hier zu zeigen. Jetzt sagen wir hier einmal Off, setzen den Status. Und dadurch sollte es jetzt so sein, wenn ich den Dienst von gerade eben nochmal ausführe, sollte man jetzt auch auf dem iPhone sehen, bekomme ich also keine Benachrichtigung. Wir machen jetzt hier nochmal, die Wäsche ist fertig, 2, Dienst ausführen. Die Wäsche ist fertig, 3, Dienst ausführen. Und jetzt würde ich die eben geschickt bekommen, wenn ich wieder zu Hause bin. Das Ganze machen wir jetzt wie folgt, auch wieder simuliert hier natürlich. Wir setzen einmal meine Person, also Person.SimonMüller, einmal auf Home, sagen hier Status setzen. Und setzen hier noch den Sensor, ist jemand zu Hause, auf On. Sonst wird ja nicht getriggert. Status setzen. Jetzt müssen wir wieder eine Minute warten. Wenn du dich erinnerst, die Automation läuft ja 60 Sekunden verzögert. Wenn ich zum Testen vielleicht mal rausbauen sollte, ich muss jetzt wirklich eine Minute warten. Ganz schön nervig. Planung ist halt alles. So und jetzt sehen wir hier, dass ich also gerade die Benachrichtigung bekommen habe. Die Wäsche ist fertig, die Wäsche ist fertig, 2 und die Wäsche ist fertig, 3. Wenn wir jetzt hier einmal noch bei der Automatisierung auf die Traces gucken, dann sehen wir auch, wie die eben abgelaufen ist. Wie also gesagt, die wurde ausgelöst, dann wurde hier gewartet, dann wurden die Variablen gefüllt. Es wurde nochmal 15 Sekunden gewartet. Und dann wurde hier die Schleife durchlaufen, in dem Fall 3 mal. Und anschließend wurde unser Sensor zurückgesetzt, also das Template. In diesem Template standen übrigens vorher natürlich die ausstehenden Benachrichtigungen drin. Okay, so weit, so gut. Die Frage von Stefan bleibt ja noch aus. Und zwar, wie können wir das Ganze jetzt benutzen, um wirklich auch auf dem Sprachassistent eine Benachrichtigung auszugeben? Generell dazu habe ich übrigens auch zwei Videos gemacht die letzte Zeit. Also einmal für Google Assistant und einmal für Amazon Alexa. Wie du beides eben integrieren kannst, dass du auch von Home Assistant aus Kommandos an die jeweiligen Smart Speaker senden kannst. Das kannst du so nutzen, musst du aber nicht. Geht auch an HomePod, deswegen würde ich hierfür jetzt einfach mal die generelle Variante benutzen, nämlich die TTS-Variante. Und dann diesen TTS-Befehl eben an einem Smart Speaker ausgeben. Wie gesagt, es gibt auch bessere Methoden, das zu machen, wie Announce- oder Notify-Dienste von Alexa und Google Assistant. Aber wir machen jetzt hier erstmal den Weg, der für alle Smart Speaker funktioniert. Übrigens auch für HomePods. Ich habe dir übrigens in dem ganzen Video jetzt die Skripte und so weiter so ausführlich erklärt, damit du es eben für dich wirklich anpassen kannst. Das hier ist also nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten, wie du diese Skripte noch verändern kannst, wenn du möchtest. Also, das machen wir in den Entwicklerwerkzeugen. Hier nehmen wir den folgenden Dienst, und zwar Text-to-Speech, Say a TTS-Message with Google Translate. Sollte übrigens mit jedem TTS-Dienst funktionieren. Dann wählen wir hier unsere Ziel-Entität. Da musst du dich also jetzt entscheiden, wo dann die Sprachnachrichten ausgegeben werden sollen. Ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel eben den Google Home Mini. Und sag mal hier, die Waschmaschine ist fertig. Language.de. Wir cachen das Ganze und ich sag mal einmal Dienst ausführen. Die Waschmaschine ist fertig. Nice. Also das funktioniert. Gut, jetzt gehen wir hier zum YAML-Modus und haben jetzt hier eben unsere verschiedenen Daten. Das Ganze kopiere ich mir jetzt hier einfach mal und füge das jetzt einfach in meinem Skript hinzu oder tausche es aus. Je nachdem, was du eben machen willst. Ich gehe also in meinem Fall auf die Einstellungen, Automatisierung und Szenen, gehe hier auf die Skripte, zoome hier einfach jetzt mal das Skript Notify Me. Und hier unten haben wir jetzt ja den Dienstaufruf, also diesen sequentiellen Dienstaufruf. Was ich jetzt hier einfach tue, ist, ich gehe einmal hier auf die drei Punkte und sage hier duplizieren. Damit habe ich jetzt diesen Dienstaufruf zweimal, wird also nacheinander ausgeführt. Und hier tausche ich jetzt die Daten aus, gegen die, die ich mir eben aus den Entwicklerwerkzeugen kopiert habe. Im Wesentlichen kann jetzt hier auch alles so bleiben, wie es ist. Natürlich eben außer die Message, die muss ich eben austauschen. Gegen natürlich dann auch die Message, die ich hier als Benachrichtigung zwischengespeichert habe und die mir jetzt also geschickt werden soll oder die mir gegebenenfalls auch direkt geschickt wird. Wenn ich jetzt also dieses Skript hier speichere, dann kann ich wieder auf die Entwicklerwerkzeuge gehen, nehme dann hier bei den Diensten das gewohnte Skript, was wir jetzt eben in all unseren Automationen benutzen können, Notify People at Home. Und hier kann ich jetzt im UI-Modus einfach das eingeben, was ich möchte. Titel ist in dem Fall jetzt egal, weil wir geben ja eben nur die Message aus. Musst du eben dran denken in deinen Automationen, dann die Message auch so zu schreiben, dass die für sich schon Sinn macht, wenn du sie eben auf den Smartspeakern ausgeben willst. Sowas wie hier, die Waschmaschine ist fertig. Wenn ich jetzt hier sage Dienst ausführen, dann funktioniert das Ganze natürlich direkt und ich bekomme zusätzlich natürlich auch noch die Benachrichtigung auf meinem iPhone. Und so kannst du das Ganze eben so wie du möchtest, beliebig für dich erweitern. Und das war im Wesentlichen auch schon alles. Für dich heißt das also, wenn du das auch benutzen möchtest in deinen Automatisierungen oder auch hier als Dienstaufruf, nutzt du einfach diesen Dienstaufruf. Ich gehe nochmal gerade zum YAML-Modus und da kannst du also diesen Dienstaufruf in deinen Automatisierungen verwenden und du bekommst die Benachrichtigung entweder direkt, wenn du zu Hause bist oder erst eine Minute, nachdem du zu Hause angekommen warst, bist, du weißt schon, eine Minute später. Vielen Dank, Simon, für die Beantwortung dieser Frage. Und für alle, die jetzt noch ein bisschen mehr wissen wollen zu diesen ganzen Themen, die können gerne mal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen, aber auch, und das ist genauso wichtig, hört unbedingt in unseren Podcast Tech to Muld rein. Da tauschen wir uns aus über die ganzen verrückten Sachen, die einem halt so in einem Smart Home passieren können. Unbedingt mal reinhören und wir sehen uns sicherlich wieder auf dem Kanal von Simon oder bei mir oder irgendwo. Bis dahin. Danke. Ciao. Ich hoffe sehr, du konntest was für dich mitnehmen und diese Skripte und Automatisierungen helfen auch dir weiter, um Home Assistant Nachrichten verzögert zu senden, wenn du zu Hause ankommst. Wenn dir das Video gefallen hat, drück gerne auf Gefällt mir und abonniere meinen Kanal, wenn du mehr wissen möchtest zum Thema Home Assistant. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.